Remedy Zum spiel im Beleg mit den tastendrücken Allen Wacke Ja, Allen Wacke Ja, der Allen Ja, wir spielen heute Allen Wacke in der Horrorbude Ihr müsst mir mal sagen, ob ihr das gut findet, dass ich das Intro so schneide, wie ich es jetzt geschnitten habe Sag es mal, schreibt es in die Kommentare Ich bin der Wims, hallo Wims Horrorbude Hey, es geht wieder los, es ist wieder Freitag Und es ist wieder Zeit für ein bisschen Horror Ein bisschen Gerüse Ein bisschen Pisschen in der Hose Ein bisschen Pisschen in der Hose Hat jeder mal gerne Entweder wir hatten jetzt Westen Dann hatten wir Pisschen in der Hose Jetzt haben wir wieder Horror Oh, ich habe gegen Fische gehauen Da haben wir Pisschen in der Hose Und, äh, ja, schön Allen Wacke Ich schrede mich im Kopf um Kragen Ich habe gerade ein bisschen Optionen durchgegangen Sonst habe ich von dem Spiel noch gar nichts gesehen Ich habe überhaupt keine Ahnung Ich weiß bloß, dass es ganz gut sein soll Ich weiß nicht, ob das wirklich Horror ist Aber ich sage Durch Hören sagen Habe ich auch schon gehört, dass es ein bisschen Horror ist Und sonst viel Story Und ich bin mal gespannt Ob das uns anst Ob das uns antörnt Ähm, ja, ja Wie so oft Wie das dritte Mal jetzt Sag ich euch Ein Like Wenn ihr wollt, dass das Spiel öfter kommt Ein Dislike Wenn ihr sagt No, nee, Alan Wacke Nee, danke Erstmal was anderes Vielleicht spielen wir nächstes Mal Nicht mehr Alan Wacke Sondern Slender 37, 5, 4, 8 Neue Spiel Äh, spiele ich jetzt gerade Wie immer normal Weil die Die Entwickler Haben sich sicherlich was dabei gedacht Dass wir normal spielen wollen Also schnommal Schnommal In einer Horror-Storie Die Victim Keeps asking Why Aber There can be no explanation And there shouldn't be one The unanswered mystery Is what stays with us the longest And it's what will remember in the end My name is Alan Wake I'm a writer Ah, der heißt gar nicht Alan Wacke Der heißt ja Alan Wake Nein Nein Der heißt Alan Wacke Hat sich versprochen Typ Ja, kann sein eigenes Namen nicht Trottel Hat er das Sender gesagt? Es begann mit einem Traum Um, following a typical nightmare pattern I was late Desperately trying to reach my destination A lighthouse For some urgent reason I couldn't remember I've been driving too fast Down a coastal road to get there I'd seen the hitchhiker too late He was dead I was convinced They'd put me in jail And I would never see Alice again Huch Lagt da nicht gerade jemand? Hm Wer macht das Licht aus? Suddenly His body was gone Episode 1 Nightmare I could hardly stand my fate Oh, alter Wait, wait, wait Ja, die ist ein bisschen schnell Die Äh, 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 nein Das ist so richtig Oder ist das richtig so Das ist so richtig Ja, das geht so Gehen sie mit Ja, warten Sie Ich gehe erstmal woanders hin Nehme ich hier rein Und muss mal ganz, ganz schnell mal Die, 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 die Im Windigkeit runterschrauben What the fuck Ich meine, wer spielt sowas Das ist ja, das ist ja wirklich Je netz von gut und gut Nämlich schlecht Ja, das ist schon ein bisschen besser Aber, naja, mal gucken Vielleicht mal Rennen Ja, ja Ich konnte gerade so stehen Aber ich renne schon wieder Ähm Und wir sehen Es ist Nebel verhangen Eine Brücke Die uns sagt Wo wir hin Was ist das für ein Lichtstrahl Wow Das ist ja, äh, hell Ein Lichtstrahl Da wartet etwas Importentes Einfach Impotentes Für uns Äh, aber zunächst Checken wir uns mal Eine kaputte Brücke Und klauen den Arbeiter Einfach mal Die Thermoslasche Sehr gut Eins von hundert Warte Die verlassen Die lassen ganz schön gerne Ihre Thermoslaschen Anscheinend liegen Ein Rabe Heißt nichts Gutes Oh, diese Haare macht mir Angst Erstmal die Mütter Neunfüllen Wenig Oh, der Rabe ist weggeflogen Jetzt können wir weitergehen Über diese Über diese Brücke Die so verdächtig Heide aussieht Äh Ja Oh, der haut Oh, der erzählt mir was Aber ich will ihn gar nicht zuhören Weil der haut Spring Jawohl So, wir laufen mal weiter Und ich muss sagen Das Wir können angreifen Ausweichen Umschalt Äh Ah Okay Noch einmal Weichen sie aus Okay Das scheint Äh Zeit rüber Jawohl Ja Ja Ich muss sagen Wenn die Träume Zum Leben machen Äh Ist Das Echt nicht schön Ja Nicht so gut Äh Let's run Naja Wir werden verfolgt von Äh Unser eigenen Schöpfung Also unser Wir sind ja Schriftsteller Und Äh Unser Schriftstück Will uns umregen Wir wissen nicht Wir wissen nicht genau warum Aber ich glaube Zum Licht Immer Licht Immer Licht Licht ist Ziel Äh Wir wissen nicht genau warum Aber das ist erst noch nicht so wichtig Wir laufen erstmal Ähnlich wie bei Dead Space Einfach laufen Oh da steht Ein freundlicher Gesell Über diese lange Brücke Die absolut Nicht zusammenfallen kann Sie hält auch noch Tausend Jahre Tausend Jahre schon wieder vorbei Mensch Wo rein? Da rein Oh ne Ach Alter Alter Der Typ ist draußen Ähm Oh Uiuiui Oh Ich war trappter Es war kein Weg Oh Alter Der Fernseher Macht mich nicht Verrückt Machen mich nicht Errückt Okay Okay Es ist Ja Ja Dann lass mich mal raus Ja Dann lass mich mal raus Ja 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 da Jetzt Jetzt auf einmal Geht die Tür Natürlich Dem Licht nach Absolut Dem Licht folgen Das ist gut Äh Springen Nein Nein Okay Wir geben sich in Sicherheit Im Licht Bleiben Sie in Sicherheit Bis Sie vollständig geheilt sind Okay Wir heilen uns also im Licht Toll Nein 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 Ja, das kann schon was. Äh, ja, nehmen wir sie mal mit. Nehmen. Zack. Ja, super. Zwei Sekunden, die Batterie ist schon alle. Äh, take the gun. Wir nehmen mal die Gun. Kann ich irgendwie besser visieren? Ach, der, okay. Sehr gut. Der Lichtstrahl. Gut. Du hast gut gemacht. Erinnerst, was ich dir taught habe. Das ist alles. Ich werde dir zurück deinen Traum geben. Danke schön. Ich hätte gerne meinen Hauptalbtraum. Das weißt du woher? Na ja, der Lichtstrahl visiert sozusagen. Oh. Oh. Oh, du Arschloch. Der, äh, der Lichtstrahl. Oh. 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 Oh, das ist doch so. Oh. 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 Ach. Oh. Oh. Oh nein. Äh, wie soll ich denn nun? Wie soll ich denn die Ferdinand? Ja, ja, okay. Ich glaube, ich bin vorbei, okay. Äh, ich schätze mal, dass wir weiterlaufen müssen. Ausweichen, ja, nicht so wie das. Alter, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt schießen soll, also kämpfen soll oder einfach nur laufen. Weil es kommt mir ein bisschen zu viel vor. Ja, genau, ich bin tot. Okay, also ich glaube, laufen bringt nichts, das haben wir gar nicht rausgefunden. Ähm, gehen wir mal wieder hier ans, äh, ans Tubichchen ran. Und, äh, schnappen wir uns mal hier kurz den Spares. Aha, das ist also irgendwas Gutes. Das werden wir mal testen bei den dreien, die da gleich kommen. Und, äh, ich habe heute eigentlich vorhin erklärt, die Kameraführung. Äh, wir sind sehr weit nach links verzögert, was sozusagen das bisschen für szenastischer, äh, machen soll. Okay, ob es klappt, werden wir noch sehen. Äh, momentan ist auf jeden Fall die Atmosphäre schon sehr, sehr geil. Sehr nice. Ich habe schon gehofft, dass es so ähnlich wird. Aber ich schätze mal, die Munizien sollte man sich vielleicht ein bisschen sparen. Bin ich mir nicht ganz sicher. So, jetzt weiter. Jetzt ist es ein Mischstreit. Ich glaube, das schaffen wir jetzt. Wenn wir jetzt loslaufen, dann sollten wir das schaffen, ohne Probleme ins Licht zu kommen. Zack. Ins Licht. Toll. Äh, laufen. Ich herz' mal, das ist unser Feind, den wir nicht besiegen können. Deswegen laufen. Gehen Sie bitte weg. Ich möchte bitte nicht getroffen werden. Äh, das ist ja kaputt. Natürlich, nach zwei Metern bin ich auch kaputt und kann nicht mehr laufen. Das ist ganz normal. Kein Problem. Ein Sportler wie er ist dazu in der Lage, auch weite Distanzen nicht zu gehen. Ab ins Licht. Schön hell da drin. Hoi, hoi, hoi. Hörst du, die war erst mal nachher dran. Dafür ist auch Zeit. Ähm. Hab es nicht. Zack. Das war so hell gerade. Natürlich. Licht ist aus. Äh, ja. Ich muss ja sagen, zwischendrin, die Gesichtsanimationen sind wirklich awesome. Also, also, grafisch ist das irgendwie ein bisschen matschig. Ich weiß nicht, ob ich das noch umstellen kann. Also man sieht jetzt alles so sehr, sehr extremes Schlimmern hier gerade. Aber an sich ist es grafisch. Wenn man da ein bisschen was hinweg sieht, wunderhübsch, muss man echt sagen, ey. Ich weiß nicht genau, wann es erschienen ist, aber wow. Wow, wie schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Welcome to White Fords. Helle naja, Fords. Das Fords, naja, Google selber. Moment, bevor er Hallo. 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 Wir haben eine gute Zeit, um zu besuchen unsere Stadt. Deerfest ist nur zwei Wochen entfernt. Deerfest, hm? Hast du das gehört, honey? Du hast eine schöne Frau. Wenn du mir nicht interessiert. Ich bin Pat Mayne, bei der Weg. Schön, dich zu treffen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich werde nicht sagen, dass ich nicht einen gewissen Schriftsteller wie du selbst, Herr Wake. Ein Wettbewerb. Ich bin ein wütenderer, selbst. Ich hoffe, dass das nicht zu verabschieden ist, aber ich bin der night-host bei der lokalen Radiostation. Ich habe keine Chance, dass ich ein Interview bekomme. Schau, Herr Mayne. Ich bin auf vacation. In Wahrheit, ich habe es mir geprägt, wenn wir mein Leben hier stehen könnten, nur zwischen den beiden uns. Ich bin sicher, dass du das verstehst. Wahrscheinlich. Du kannst mich vertrauen, um zu sein zu sein. Nicht ein schwerer Mann, wenn du dich verabschieden kannst. Ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Freitag. Danke schön. Ja, wir sind auf Urlaub hier. Oder wir tun so, als ob wir auf Urlaub sind, aber ich glaube, wir ziehen hierher. Also, habe ich schon mal das Gefühl. Und langsam und sicher nähren wir uns der Insel. Und gerade ist das Wasserflugzeug gelandet, das ist natürlich gescriptet, aber es war schon irgendwie beeindruckend. Einfach so viel nebenbei. Okay. Sehr schön. Ich habe ein paar wirklich gute. Und ich sehe, du hast einen Freund gemacht. Das ist süß. Genau. Schwuchtel. Ach so. Hey, Bestseller. Wie ist mein Lieblingswichter? Sind Sie noch da? Barry. Ja. Wir haben ihn gerade gefunden. Sind die Lokale dir Probleme? Nur sag die Worte und ich gehe auf einem Flugzeug und komm sicher, dass du alleine auslösen kannst. Nein, Barry, wir sind gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich möchte sicher, dass du dich entspannst und entspannst. Also, wie ist die Lokale? Hast du deine Kreative Worte gelandet? Barry. Wir sind nur in der Lage. Okay, Alan. Ich werde später nachher kommen, um sicher, dass du okay bist. Und du, wenn du da bist, wenn du ein Problem hast. Okay? Okay. Ich habe dich nach vorne. Wir sehen uns später. Ich liebe dich auch, Barry. Oh, ich liebe dich auch, Barry. Du wissen, dass er dich alle fünf Minuten bemerkt. Barry ist Barry. Ich kann immer die Telefonnummer. Was habe ich dir gesagt? Eine Telefonnummer von Barry. Er sagt Sie auch. Ja, sehr gut. Oh. Ja, sehr gut. Oh. Ja, sicher. Alan. Danke, dass du hier mit mir gekommen bist. Ich liebe dich auch. Geh auf. Ich werde dich behalten. Ich habe mir vergessen, dass es immer noch vielem Menschen gibt. Leute, wo alle alle kennen. Willkommen zum Oh-Deer Diner. Hi. Ich habe mich gefragt, ob du mir geholfen kannst. Ich habe mich für... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, Gott. Ich bin dein größer Fan. Ich weiß, dass das ganze Zeit so immer. Aber ich bin wirklich. Ich bin froh, dass das so. Rose. Rose, ich schaue Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Natürlich, Mr. Wake. Er muss sich um die Rastung zu besuchen. Er wird zurück in einem Moment. Ich kann nicht glauben. Ich habe alle deine Bücher. Ich habe das Kupfer von der Bücher, als sie es aus der Schmennung genommen haben. Und du hast es hier? Na gut, gut für dich. Sehr nett. Lass mal ein bisschen rumlaufen und erst mal Kaffee klauen. Alles klar. So, erst mal Musik auflegen. Hoffentlich schön... Ah, ist kaputt. Natürlich. Einmal schnell drücken. Ja, lass mal schnell weggehen, bevor wir irgendwie noch Gamer Probleme kriegen. Kurz hören. Ach, es ist so leise, das hört sich so kein Schwein. So, äh, dieser Wagen verspät den Weg. Ich muss außen herum gehen. Das ist kein Vorbeikommen möglich. Okay, gut. Ähm, schönen guten Tag, Rose. Schönen guten Tag, Officer. Schönen guten Tag, Typ mit Augenklappe. Schönen guten Tag, Typ ohne Augenklappe. Mit Kopftuch. Oh, schnell erzählen. Temmose was schon nehmen. Erstmal klauen. So, Ellen Wake darf alles. Innerfach auch klauen. Hm-hm, geh da rein, junger Mann. Du kannst dich selbst in der Dunkelheit schmerzen. Ich denke, ich kann es nicht so machen, Frau. Ich wollte nicht warten. Ich wollte, dass ich Stucka gefunden habe. Du willst nicht sterben, aber du bist besser. Die Wagen hat mir einen Schmerz gegeben. Die Wagen hat mir immer wieder tot. Äh, ja, erzähl bitte. Zweite, du gehst ja nicht. Ähm. Schön, dass Kokonaten wenigstens läuft. Macht mich, äh, munter. Äh, dunkel? Dunkel. Zu. Ich wollte sowieso hierhin. Ach ne, ist ja scheiße, das ist falsch. Äh, kurz mal gucken, ob ich hier rauskomme. Äh, Fluchtweg schon mal planen. Wir wissen ja nie, was passiert. Hä? Nein. Zu. Okay. Mädchenschöte. Zu. Rohre. Zu. Anklopfen. Zu. Hallo? Mr. Stucky? Das ist nicht ne Armes Jungen, ist geil. Hab ich gar nicht erwähnt. Karl konnte es nicht machen. Unfortunately, er wurde krank. Aber ich habe die Schlüssel für dich und Instruktionen, wie du zum Lagen gehen kannst. Okay. Ich wünsche dir einen guten Stay in meinem Kabin. Ich komme später, um zu checken, wie du inrufeiert hast. Und um zu treffen, deine Frau. Ich versuchte. Ich glaube, die Frau ist nett. Die läuft so im Dunkeln, mit dunklen Sachen. Ah, okay. Gut, Dankeschön. Gut zu wissen. Gehen wir wieder ins Helle. Sieht ja wirklich gruselig aus. Ah, hier muss ich Musik. Lalala. 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 Gott, Gott. Ich will faster. Du hast willst mich nicht Musik hören. Danke, danke. Ich muss weg. Ach, ich hör mal laute Musik. Ich muss raus. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, alles klar, tschüss. Verdammt, geh mal. Hey, Wake! Mrs. Wake! Deine... Deine Schlüsse! Äh, die haben wir doch gerade bekommen. Hm. Das vermag... Oh, ich will keine Musik hören. Oh, ich will keine Musik hören. Ich will keine Musik hören. Aber das war ein langer Zeit. Ich konnte nicht in zwei Jahren eine Worte schreiben. Nicht seit meinem letzten Buch. Und jetzt wird das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Ihr Leute in der großen Stadt, ihr könnt euch alle wieder aufschauen und sehen, die Störer sich auf dich winken. Es wird ziemlich kalt hier, aber sie werden dich auf dich. Oh, ich will keine Musik hören. Ey. Ah, fuck. Musik, danke. Gut, reicht. Ich hoffe mal, das war nicht lang genug. Ich bin vorsichtig. Seitdem mein Death's West Video gesperrt wurde, bin ich vorsichtig. Damals auf dem eigenen Kanal ins Racing noch. Ja, nicht schlicht. Ich bekomme dich sicher, bevor es kalt wird. Und ich habe das Licht. Ich weiß. Ich bin okay. Alice hatte eine Phobie. Der Angst der Schmerzen. Ich wollte sicher, dass wir mit den Lichtern an waren, bevor der Sonne setzte. Ja. Ey, das ist sicher hier, ne? Kinder, lassen uns spielen. Auf der Brücke mit den Raben. Mit den vielen Raben. Hehehe. 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 Birdleg. Ja. Fört sich. Wunderschöner Name. Es ist wirklich schön, aber... Oh, es ist... Es ist schon... Schon sehr schön. Die Alte stopft dann daher mit ihren... Äh... Tapsen. Und, äh, wir tapsen mal hier hoch. Gucken wir, was es hier gibt. Äh, nix. Eine Terrasse. Das Schloss öffnen. Ja. 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 Schauen wir mal. Komm. Achso. Es ist schmerz da. Wir brauchen Licht. Kannst du herausfinden, wie wir das Licht anbauen können, honey? Tja. Ob wir das Licht anbauen, das erfahren wir vielleicht... in der nächsten Folge. Wenn ihr sagt, ja, das Spiel ist geil, what the fuck, mach das weiter, du Spasti, ja? Dann... Mh... Dann wär ich vielleicht mit meinen Likes dazu... Äh... Nein, mit einem Like dazu, sag ich so, Ok. Ja? Hm? Da mach ich das weiter. Nicht... Denn... Dislike. Ja? Wie im Spiel nächste Woche vielleicht einen Zender oder so, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich viel geiler und viel spannender als... Alain Wacke. Äh... Ja, das ist... Ja. Ja. Wisst ihr? Ne? Deswegen sagen wir mal so, Like wie immer, beziehungsweise Dislike, ihr wisst es, ihr habt die Wahl, ihr habt die Entscheidung, was als nächstes gemacht wird Und ich würde mal sagen, wir haben über eine halbe Stunde, das ist doch mal ein schöner Schnitt Und deswegen bis dahin, bis zum nächsten Mal, ich war euer Wims, das war ein Alan Wacker Und ich spiele dann mal weiter, ne mache ich nicht Also Tschüssi Und von mir auch Tschüss, ich bin der Wims Und ich war der Wims und bin immer auch der Wims Aber Tschüss Tschüss Tschüssi